Alles begann vor 300 Jahren. Mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu verschlecken. Bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich, doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unserer allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis VII 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clarke. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk. Einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthcalf gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde als dann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis VII zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgen an. Fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017